So, herzlich willkommen zu einer neuen Runde, Conqueror's Blade. Diesmal eine Feldschlacht und zwar auf der Karte Geisterstadt, die ich persönlich nicht so toll finde, weil ich finde es einfach nur hässlich, diese Wüstenkacke hier. So, mit dabei habe ich jetzt die Sperrkämpfer der Eisen... Milizen... äh, den Namen vergessen. So, Ziel ist auch hier, die Flaggen einzunehmen und der, der die meisten Flaggen hält, kommt auch mehr Punkte. Sieht man oben ja. Wir sind blau, die sind rot. Das Team, was zuerst auf Null ist, hat er verloren. So, mal die Versorgungspunkte einnehmen. Na, wo sind mal die Jungs? Ja, da kommen sie doch. Direkt mal andere Formationen. So. Mal gucken, wie er aussieht. Ja, Sperrträger. Ah, interessant. So, dann schicken wir jetzt einfach mal unsere Jungs hier vorne. Zack. Hat der Fall ein Kavallerie? Ne. Warum stehen die so komisch? Wäre nicht besser, wenn die... Genau das meinst du doch. Ach, sind wir dann Schütze dabei? Warte mal. Die Frage, ob wir jetzt allein... Ah, der andere ist dann auch dabei. Da könnte ich direkt reinstürmen. Oh, steht doch auf. Warum steht der immer so lange auf? Greift an, greift an, greift an. Ich komme dann weg. Oh, ich komme hier nicht weg. Ich muss die Arkham-Bus-Schützen wegmachen. Oh, ich habe mich aufgehauen. Oh, ich habe mich aufgehauen. Oh, ich habe mich aufgehauen. Ich bin da rein. Zurück, muss man halt. Das machen meine Jungs, die kämpfen jetzt ein bisschen. Und dann sterben wir, die Fliegen. Oh, ich habe mich gesehen. Ja, hol doch mal dein Pferd, du Affe. Ach, scheiße, die drei Mann, ey. Ihr Affen, Feigen, Säue. Lauf! Ich bleib hier hinten. So. Ich bin hier bekloppt, ey. Und kämpfst da gegen drei Stück auf einmal. Ja, das kommt so von hinten, die Säcke, ne? Zack. Oh, wir haben mehr, kommen wieder mehr. Auch mal echt Heilung, ey. Vier Sekunden noch, zwei. Lass mal heilen. Lass die doch herkommen, du Idiot. Hör doch die Kraft zu. Ich hole jetzt mal eben ein paar Truppen. Ey, der hat schon ein Schwerkämpfer, ne? Scheiße. Ach, guck mal hier. Oh, guck mal da. Das war jetzt echt ungünstig. Aber warum macht der denn nichts? Oh, das war jetzt natürlich... Scheiß Timing, ey. Ich hab vielleicht ein Scheiß Timing. So, jetzt wollte ich mal die Cavalry ausprobieren. Mal gucken, wie die ist. Ziemlich diese Kuttel... Kutteliers heißen die, glaube ich. Die erste Cavalry, die man bekommt. Wieso ist denn mein Vieh tot? Ach ja, weil die haben Schuss genommen. Oh, dann bringt mir jetzt die Cavalry aber auch nichts. Super. Ah, so können sie da vorstürmen. Scheiße, da hab ich natürlich kein Pferd, ey. Und auch keine Ausdauer. Mal nehmen wir jetzt die Formation. Ist die besser? Ja, die sind auf breiter Front, ne? Na, guck mal, wir halten C und B. Schon mal gut, dann gebe ich hier rüber. Was ist? Wo seid ihr? Was nennt ihr? Vorstürmen? Oh, ist der scheiß Angriff auch noch auf Kriegzeit, ey. Boah, ist aber auch lange auf Abkriegzeit, mein lieber Scholli. Ja, jetzt habe ich keinen Gaul mehr, also bin ich natürlich langsamer. Na gut, auf die Reihe gesaucht, ne? Ich muss ja auch nicht mehr stürmen. Warum verliere ich denn Einheiten? Verliere ich dir scheiße. Irgendwo Bogen schützen? Toll, tolle Kaballerie. Ja, ihr wartet jetzt da wo ein Reinfall, ey. Ey, andere bei anderen stürmen, die einfach halt gegen rein und meine, die machen gar nichts. Natürlich, aber abklingt Zeit, die Scheiße. Nicht gegen die Kabel, ah, gegen die Pieken. Habt ihr mal Schwein gehabt? Oh, ist eh auch kalt gemacht. Uh. Oh, Akebusen, ey. Das mal. Ey, jetzt brauch ich dringend neue Truppen. Nee, 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 mein Freund. Ach. Gibt's doch nicht. Ey, mit jedem schlafenst du hier mit Teuf, ey. Hallo. Hallo. Oh, der ist so blöd. Der ist so killgeil. Komm, du wärst zurück, du Idiot. Ja, toll. Jetzt hab ich keine Chance mehr. Kein Pferd mehr. Ich hau jetzt ab. Ohne Hilfe, mich tot. Ja, lass uns mal den Scheiß so oberen. Mir egal. Erstmal heilen. Oh, ich probier's, der trug mich an. Oh, die halten aber eigentlich raus, die Jungs. Alter, schrönen. Sind wir noch nicht tot? Gibt's doch nicht. Boah, Truppen, Truppen, Einheit auswählen. Nein, Einheit auswählen. Ach, scheiße. Jetzt den Bogenschützen, den hab ich gleich gesehen. Fuck. Piss, kacke. Ja, ihr müsst doch weiter nach vorne. Oh, die werden nie da gemetzt. So, das sind wir auch die Schildträger. Das sind nämlich die Sperrträger der neuen Ritter-Einheiten, die mit dem letzten Patch kamen. Die sind schwächer als andere Sperrkämpfer, aber die haben eine bessere Panzerung. Vor allem, wenn die auch noch dann auf Panzerungskills und auf Parade, dann sind die echt nicht übel. Aber halt, scheiße lahmarschig. Komm, im Lauschritt, rennen, rennen. Also, ich kann jedem nur empfehlen, sich noch ein zweites Pferd zu kaufen. Ansonsten bist du in der Schlacht echt am Arsch. Gieß ja. Dann rennen sie hier rum wie so ein Blöden. Warum stehen die jetzt hier? Ah, da hinten. Komm, 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 komm! Ich möchte den Punkt erobern. Ja, gleich gewinnen wir. Sehr schön. Komm, hol den Punkt. Hört mich jetzt mal die Jungs an? Das ist kacke ohne Pferd, ey. Das war die letzten paar Sekunden-Attacke. Den kriegen wir noch. Die kriegen wir noch. Ja. So, jetzt hier. Attacke. Haha, steht in Verstichtung. Zack, Moral gebrochen ist weg. Ah, alles war cool und scheiße. Nach hinten, nach hinten. Ich komm nicht weg. Ich komm nicht weg. Ich hasse diese Schildtypen, die schlagen mich mit jedem ihrer Kackschläge, machen die dich da oben, betäuben dich. Na ja, das war noch gewonnen. Ja, doch nochmal ein Sieg. Ich find die ja toll, weil sonst hat man immer beim Matchmaking ein Problem, dass du gegen Leute kämpfst, die 80 Level über dir sind. Aber das ging jetzt eigentlich mal ganz, ganz flott. Die hab ich schon. Toll. Ja, das war, äh, ne kleine Feldschlacht. Ich hoffe, ihr fand das toll. Wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Macht's gut. Tschüssi. 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 Vielen Dank.